hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf der sanktion ja ja sind bereits in folge 329 ich habe wieder mal eine kleine aufnahme session an die letzten beiden waren diese kleiner aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich gucken hier ab und zu mal knöpfchen drucken irgendwas aber gerade lauter aber jetzt ist alles wieder geregelt sehr schön das ist alles geregelt das sieht gut aus der gülle transporter an den wollen wir noch mal neu los schicken das machen wir auch mal als erstes hier dass da der dreck das wird ja unser mist transporter das hatten wir auch schon gesagt aber erst dann müssen wir glaube ich noch zweimal gülle fahren war nicht bevor wir uns darum kümmern wollen und dann müssen wir uns ja noch ums holz kümmern und vor allen dingen auch mal darum kümmern das heißt auch und vor allen dingen sondern wir müssen auch glaube ich mal unsere tiersituation noch zu ende bringen das war glaube ich auch noch so der punkt aber erstmal sage ich hier also ist die restliche gülle hier rausholen das ist schon mal was so hier haben wir den tiertransporter den hatten wir doch wieder voll gemacht da sehen wir es auch in den fahren wir jetzt auch einmal stumpf zum händler ich gucke noch mal in den bestand rein wie viele schweine wir jetzt haben 274 ist immer noch eindeutig zu viel ich hatte gar nicht geguckt hat mir ist eine reduktion die reproduktionsrate ist immer noch bei alle 15 minuten 1 da müssen wir mal gucken ob der jetzt da steht und nicht mehr da weiß ich nicht also das ist ziemlich kurios mit dem gerät da steht mal woanders und ich glaube nicht unbedingt dass ich mich daran erinnern kann sich nur hingefahren habe das macht das noch viel kurioser nicht das machen wir doch vor dem fußgänger noch eben dafür muss ich ein bisschen grünstreifen mitnehmen das macht aber nichts gleich nehmen an den blitzer denken so ja da sind wir noch mal auf dem weg die abend hier nein jetzt kommen sie weg zum tierhändler das ist besser wie die andere variante wo wir sie sonst hinbringen muss man so auszudrücken wie es ist ich würde sagen wir verkaufen jetzt auch noch eine ladung eine hauen wir dann noch durch erst dann bestätigen wir das damit sind wir nämlich wieder leer da haben wir es auch gesehen wir verkaufen jetzt noch mindestens eine ladung und machen dann noch mindestens eine ladung fertig die wir richtung der anderen abnahmequelle fahren lassen sozusagen den anderen abnahmeort obwohl ich kann gerade offen ich kann gerade offen reden weil wir keine tiere an bord so gut ja dann machen wir den spaß hier noch eben kurz die zweite tour und dann schicken wieder unterwegs wo war ich hängen geblieben würde ich sagen nicht schlecht ja ich reiß das zwischendurch immer wieder an eine andere karte ich wollte das diesmal jetzt hier nicht so nach dem motto wir haben zwei tage zeit um was neues zu suchen so ist es nicht es ist hier noch etwas zu tun wir waren auch noch dabei dass wir noch ein paar sachen am angucken waren wir wollten noch mal gucken wie die popcorn geschichte ist und also das hier halt und die bäckerei das erste mal brot verkaufen und so was das ist ja alles noch in der mache alles und brot haben wir dem berechtigen auch schon geladen haben sie nicht das müssen wir also gar noch alles und die erste reine soja milch verkauf oder so dringend verkauf steht auch noch aus und wir wollten auch noch vielleicht bei anderen sachen noch mal gucken also ist nicht dass es nichts zu tun mehr gibt das ist natürlich immer der gleiche hoch dass ihr seht das kann ich schon eindeutig nachvollziehen deswegen natürlich meine frage möchte gerne eine andere karte sehen das ist das wovon ich ausgehe möchtet ihr dass die sachen mitgenommen werden ich tippe da diesmal auf nein weil wir haben letztes mal ein schwung mit glaube ich würde tatsächlich mit einem neuen fuhrpark mitnehmen und auch tatsächlich versuchen sachen zu nehmen die wir noch nicht benutzt haben das ist schon eine von meinen persönlichen grundvoraussetzungen die andere geschichte ist die idee soll es so groß bleiben soll es größer werden oder soll es vielleicht auch mal kleiner werden weil es gibt auch anspruchsvolle kleine karten wo man dann echt gucken muss dass man aus dem gelände das bestmögliche rausholt auch damit hatte ich nicht schon mal angerissen und wenn es irgendwas ist was vielleicht nur bis sechs oder bis drei meter arbeitsbreite gehen kann oder sowas hat mir auch schon sehr viel spaß gemacht im 17 habe ich sowas zum beispiel gemacht gehabt wer sich noch erinnert zum beispiel an der drei sternen fand ich zum beispiel auch eine schöne geschichte diejenigen die es interessiert oder die gerade noch versuchen zu gucken einfach mal bei mir gucken oder ein ls 17 drei sternen hoch das war auch ein sehr schöner kleiner kompakter hoch also hat mir auch sehr gut gefallen also so was in der richtung mehr und dann die frage ist natürlich dann egal was für maschinen oder zum beispiel im drei sternen hoch hatten wir eher eine auch ältere geschichten also ich kann mir auch mal vorstellen da wir da schon ältere hatten dass man jetzt gleich sagt okay alter kann auch ruhig was neues sein aber dafür soll es trotzdem klein sein dass man mehr auf aktuellere kleine gerätschaften zurückgreifen kann oder so also wie gesagt auch das könnte spannend sein da müsst ihr halt noch ein bisschen mal gucken was ihr denn davon haltet ich biete das jetzt hier nicht übers knie sondern ich möchte natürlich dann schon so ein bisschen euer partner sammeln ich habe das ja vor ein paar wochen schon mal mit angerissen ich spreche zwischendurch immer noch mal wieder an und irgendwann setzen wir da mal einen termin aber das machen wir diesmal ist nicht so erschreckend eilig wie ich es sonst so gemacht habe so wie viel haben wir jetzt guckt noch mal 239 aber wir müssen unter 200 kommen also jetzt bin ich jetzt also ich glaube ist es noch einmal verkaufen und dann noch einmal zur ja zur vielverwertung so wird es wohl ausgehen ja wie gesagt also da gibt es so viele spannende möglichkeiten es gibt auch eine ganze menge karten ihr könnt natürlich gerne mal vorstellen also ich könnte mir gut vorstellen es ist also ich sage mal eine kleine karte spielt wahrscheinlich besser wie ich diese hier weil ich schon mal falsch abgewogen nein also eine kleine karte ist natürlich mal was anderes spielerisch gesehen nein wirklich nicht umfahren obwohl es jetzt in den fingern juckt eine kleine karte zu spielen ist spielerisch natürlich mal was anderes weil ihr seht hier natürlich mich sehr oft ich fahre jetzt halt sieben acht mal zu einer größeren wiese um sie halt leer zu machen wenn ihr sagt das soll mehr abwechslungsreicher sein und ihr wollt mehr abwechslung ins spiel selber haben hier kann man natürlich auch die verschiedensten sachen machen mit mit einer kleineren karte und wenn es nicht unbedingt eine karte ist und ich sagte ich habe eine super karte da ist zwar platz drauf aber sind keine produktionen drauf das ist kein abbruch in der ganzen geschichte das heißt solange es irgendwo auch nur eine alternativmöglichkeit gibt um einige produktionen vielleicht aufzustellen das wäre super einige modder setzen legen ja dafür extra kleine plätze an damit das rest der rest stimmig bleibt und würde ich natürlich auch gehen auch mit platzierbaren mod zu arbeiten das wäre kein problem also habe ich alles schon gemacht wer da ein gutes beispiel sehen möchte der kann sich mal als die platinium edition raus kamen vom landwirtschaftssimulator 2017 da kam die ist dann seller patscher mit raus und da habe ich zum beispiel den kompletten hofpart oder den hinteren hofpart der mehr am platz war zu der richtigen produktionsstätte umgebaut hat mir eine bäckerei in der nudelgeschichte und allen möglichen anderen kram also auch da geht einiges und platzierbare sachen und sowas und global company mod haben wir natürlich einige möglichkeiten weiß es nicht genau was für ein tag also es gibt hier selbst größere produktionen die bis zu 12 uhr 13 sachen herstellen die brauchen dann zwar zu guten platz aber bis zu 12 uhr 13 sachen produzieren in 1 also auch sowas geht also da muss man echt mal gucken also da kann man auch einiges mitmachen meine tendenz ist dadurch dass ich habe zwar die kornwelt auch gerne gespielt aber es ist das halt immer auch sehr große flächengeschichte ich würde mich dann wahrscheinlich eher mal zu einer kleineren karte dann hingezogen fühlen sag ich mal so nicht weil ich weiß dass ich da auch hunderte von folgen drauf machen kann das ist bei einer kleinen karte meist nicht so es kommt noch ein bisschen auf die karte an aber wenn es eine normale einfache ist sogar nur dann nicht und die relativ kompakt gut gebaut ist da kann man da auch mal 100 oder 200 folgen aufmachen und dann kann man wieder die karte wechseln man muss ja halt nicht man muss ja immer noch gucken was was passiert noch was kommt noch wie gesagt aber da könnt ihr gerne mal eine runde schreiben im kommentarbereich würde ich mich sehr über euren input freuen natürlich auch über vorschläge freuen nicht nur an vorschlägen was für karten so ihr könnt natürlich auch gerne sagen hier pass auf die mod ich sag gleich schreibt den karten namen hin schreibt auch den namen der mod hin wie sie genau heißt dass wir also die genaue bezeichnung wäre schon gut aber poste bitte keine links im kommentarbereich das liegt einfach daran dass das ganze über über youtube dann erstmal eine runde aussortiert wird und erst mal in den das ist spam oder dass das irgendwas anderes kommt und da muss ich es dann alles wieder rausfischen und den ist google wieder sagen ja hier aber es ist doch dann will ich lieber den namen haben und ich suche mir den spaß selber außerdem nehme ich auch nur sachen die auf vom modder unterstützten seiten landen also nicht irgendwelche dubiosen zwischen modklaue geschichten nicht dass es sowas gibt aber man soll ja schlimme sachen gehört haben und ja da würde ich dann dementsprechend darauf verzichten das sollte schon eine solide geschichte sein wenn irgendwas suchen wollte und irgendwas machen wollen wenn ihr meine mods und kursiere ja auch guckt dann wisst ihr dass meine meisten links zu verbinden mods führen oder direkt in dem mod habe ich habe mit beidem kein problem also wenn ihr daraus sachen habt und ihr sagt hier pass auf da habe ich die und die und die mod gefunden dann gucke ich mir das an wir können die ja im laufe der zeit sammeln wie gesagt das ist ja nicht auf biegen und brechen dass wir in fünf minuten muss das neue laufen sondern wir können es ja in ruhe zusammen vorbereiten da habe ich ja gar kein problem mit soll ja auch dann allen spaß machen allerdings macht so was was ich jetzt hier machen dem wenigsten spaß weil ich glaube es ist eine der größten anstrengungen für andere leute die das spiel auch spielen warum sind die schweine noch drin ich war wieder nicht mal in der lage vernünftig zu bestätigen wir haben das wieder das ist so eine multitasking bei mir furchtbar da muss ich ja mal gucken ja ja bringt es doch mal weg also wie gesagt da können wir gerne mal so eine sammlung aufmachen ich nutiere mir die sachen macht daraus eine schöne liste und ziehe mir die sache auch dann schon runter falls irgendwann mal später hin verschwinden sollten oder irgendwelche links totgehen genauso werde ich das von seiten machen ich werde dann kurz bevor es losgehen gucken ob die links noch gibt ob es neuere versionen gibt werde würde dann die neueren versionen ziehen wenn es welche gibt und natürlich dann wieder in der ersten folge wirken was das wort ist alles verlinken das heißt da bekommt ja immer eine auflistung in folge 01 genau wie jetzt hier zum beispiel wenn die saktion ja oder sowas guckt in folge 1 ist eine liste von mods die hier verwendet worden sind und die wird immer wieder aktualisiert also wenn ich hier was neues mache in folge 300 und schieß mich tot dann seht ihr in folge 01 dass die liste der mods weiter geworden ist also ich werde ich poste es nicht zwischendurch in irgendwelchen folgen und sagt ja wenn ihr die mods hier zusammen haben wollte müsst ihr in folge 11 15 37 404 22 was gucken das ist quatsch deswegen ist das alles in folge 1 und da erweitere ich auch immer das also wenn ich jetzt in folge 340 was dazu nehmen würde oder so dann würde da dazu kommen so ist es zum beispiel auch mit dem fermenter turm was ich den gesetzt habe sogar schon bevor das video dazu passend veröffentlicht worden ist war der link bereits in folge 01 drin so ja jetzt habe ich wieder mal viel gelabert nichts zum thema aber es war auch nicht viel thema weil ich war einfach nur zu doof um einen hänger auszuladen aber das ist eine andere geschichte deswegen müssen wir es tatsächlich nochmal erfahren aber wie gesagt ne also wo wo soll uns der weg hinführen so kann man das ganze mal nennen ich glaube ich nenne die folge sogar so dann wisst ihr wenigstens worum es geht und wie ich auf den titel gekommen bin weil das ist ja halt der punkt ne wie gesagt eine mit anspruchsvollem gelände würde mir dementsprechend auch sehr zusagen also ich tendiere momentan ich habe zwar auch schon mal andere karten bei anderen vorschauen oder ideen von mir da mit reingebracht aber momentan sagt mir ich sage nicht dass es in der woche anders sein kann nein aber momentan würde ich eher mal wieder was kleines dazu nehmen aber was halt eine schöne karte sein muss also muss schon muss schon was geboten werden sag ich mal so nicht unbedingt an an produktion oder sowas nicht zwangsweise wenn landschafts mäßig und die stadt und die felder schön anspruchsvoll sind ein schöner hoch das hätte was natürlich auch wenn es schon sachen verbaut sind ist gut wenn noch nichts verbaut ist sollte wenigstens fläche da sein für das platzierbaren das ist die grundlage die ich gerne geben möchte dafür das ist so dieses grund kriterium aber sonst gibt mir 167 das sieht doch jetzt gut aus die lassen wir jetzt erstmal dieses gute stück hier fahre ich jetzt einmal noch wieder zur ausfahrt und fahrs zur anderen stelle wo tiere angenommen werden sag ich mal so das kann ich am besten hier geradeaus machen ja wie gesagt ich bin auf vorschläge gespannt das ist jetzt nichts was ich jetzt sagt in der woche geht es los das nicht also überlegt euch das ruhig ich werde auch vielleicht in den nächsten folgen vielleicht noch mal darauf eingehen dass ihr da noch mal was zu schreiben könnt ich produziere die ein kleines bisschen vor deswegen werde ich natürlich dann im chat reagieren und auch was dazu schreiben wenn was da ist natürlich klar aber halt in videos kann ich halt noch nicht sofort auf alles eingehen ich werde wahrscheinlich dann auch erstmal eine runde was sammeln und dann mal gucken dass ich mal eine zusammenfassung oder so einen zwischenstand mal zwischendurch bringe das könnte ich mir dementsprechend gut vorstellen so ja aber was soll ich sagen ich fahr jetzt einfach mal hier eine runde ran bleibt hier am feld stehen weil wir sind durch mit der folge von heute nur gequatscht nur um tiere gekümmert so schnell geht es ich hoffe dass es euch gefallen hat würde mich natürlich trotzdem freuen auch wenn es nur viel gelaber ist wenn ihr einen passenden daumen da lassen würde ich würde mich über den teil und ein abo natürlich auch freuen ich bedanke mich auf jeden fall für eure unterstützung und sagte schon mal bis morgen bis morgen